Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung, Feierstimmung bei den schwedischen Royals. Am 23. Februar 2012 kam Prinzessin Viktoria von Schweden, 45, und Prinz Daniels, 49, erstes Kind zur Welt, Prinzessin Estelle von Schweden, 11. Im Juli bezauberte die Familie, inklusive Nesthäckchen Oscar, 6, die Royal Fans noch mit schicken Looks am Geburtstag der Kronprinzessin. Jetzt gibt es auch schon den nächsten Anlass zum Feiern, Estelle wird 11 Jahre alt und der Palast veröffentlichte ein neues Foto des Geburtstagskindes. Via Instagram teilte das Königshaus ein elegantes Porträt von Estelle. Auf dem Foto sitzt sie mit verschränkten Beinen auf einem Sofa und posiert mit hellem Strickoberteil, knielangem Rock mit Harnentrittmuster und weißer Strumpfhose. Mit offenen Haaren. Like our video und Share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.